So, meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück bei Kirby Schattenbedrohend Traumland und diesmal sind wir in der Kekskaverne. Ich weiß nicht so ganz genau, was Kaverne bedeutet, aber ich habe, glaube ich, eine Vermutung, dass es irgendwas mit Höhlen zu tun hat. Aber gerade sind wir im Himmel, also, naja, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ach, verdammt. Okay, ähm, ich laufe hier ein bisschen so ein paar Gegner rein, so muss man ein paar starten. Nein, das wirst du nicht. Oh, ich habe, oh, okay. Für einen Gegner so eine Attacke zu bekommen ist, glaube ich, ganz gut, aber wo bin ich jetzt? Naja, ich vertraue mal auf mein Glück, was wahrscheinlich nicht so gut enden wird. Okay, wieso habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht, ich werde doch gar nicht, sollte ich da jetzt reingehen? Vielleicht ist da unten noch was. Ah, ich vertraue wieder auf mein Glück. Wieso auch nicht? Bestimmt ist hier noch eine Tür. Ja, wo ist die? Das war so klar. Nein, nicht runterfallen. Gott. Einfach reingehen, danke. Einschalter, wie toll. Eigentlich wollte ich die ja gar nicht einsammeln, aber... Och, nö. Ah doch, das ist ja gar nicht so schlimm. Auf Ups brauche ich ja nicht unbedingt verzichten. Heißen die überhaupt hier Ups? Oder nur in Mario? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls meine ich die, ähm... Die Extraleben. Genau. So kann man... Oh, schon Ende? Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Vielleicht werde ich in diesem Part ja sogar mehr schaffen als sonst. Ach nee, das ist zu dumm. Also das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Okay, was ist das? Druck A. Was ist denn hier? Ah, auf meiner Seite. In der Fall. Auch nur nicht das, dass er das noch ausgegeht. Fasse dieses Spiel, das ist einfach nur dumm. Und er planiert mich total. Ja, der Roterbau. Ich hab auch nie gedrückt, Mann. Ich dachte, er braucht jetzt das... Oh, okay, cool. Einen ab dafür, ich nichts gemacht habe. Ja, ich hab den Schalter gefunden, also dafür hab ich wahrscheinlich den abbekommen. Und jetzt geht's wahrscheinlich in die Höhle. Genau. Und nehmen wir jetzt einfach mal das Schwert mit. Wieso auch nicht, ja? Los. Du bist ja schnell. Ich drücke hier gerade mit der Takt... Äh... Ja genau, mit dem Takt der Musik auf meiner Tastatur. Los. Bitte. Oh, der schöne Ball, der nicht springt. Den überspringe ich jetzt einfach mal, weil ich's kann. Was soll das eigentlich mit diesem Paletten der Gegner? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Naja. Hoffentlich kommen wir auch noch mal zu diesem Extraleben. Da wäre ich sehr dankbar für, ne? Gut. Ziemlich viele Türen hier, die irgendwie überhaupt nichts bringen und so. Aber egal. Hab ich nichts gegen. Auch nö. Aber gegen den hab ich was. Los. Nein. Das willst du nicht. Ach schade. Ich hab gedacht, ich hätte auch du hupen. So. Natürlich hat alles super funktioniert, aber dann bloß... Ich wusste, dass du springst. Aber... Ich zeige ich den Hammer, der nicht springt. Juhu. Der ist eigentlich genauso wie das Schwert. Nur ein bisschen lahmer und ohne Tinaros und... Genau. Sonst ist der ja genauso. Da unten ist da was, oder? Nein, ist es nicht. Jetzt... Ich glaube, viele kommen hier noch. Aber hier unten ist was. Genau. Nö. Ich hab Angst. Einfach ganz normal hochgehen. Ganz ruhig. Oh, da geht's jetzt aber schnell. Und schon Level 3. Vielleicht schaffe ich eine ganze Welt und meine Scheißmaus ist wieder im Bild. Mann. Das fällt mir immer ganz früh auf. Ja, mein Lieblingsboss. Vernichtungseite. Das Ding ist aber echt krass. Also, da bringt zwar im normalen Level nichts, dass es nur nach oben fliegt, aber sonst... Die Dunkelheit. Sind wir jetzt im Vulkanland, oder was? Nein, im Herbstland, oder so. Ich weiß es nicht. Und ich werde jetzt sehr wahrscheinlich in naher... Ja, in naher Gegenwart sterben. Okay, ähm... Den Reifen brauche ich jetzt nicht unbedingt, da der ja nicht springen kann aus irgendeinem Grund. Und der hat mich jetzt schon wieder getroffen, ja. Und der ist rot, ja. Okay, das war irgendwie stylisch. Aber das passiert nur aus Glück. Wenn ich mich versuche anzustrengen, dann... ... ist das nicht gut. Also, ich versuche es eigentlich gar nicht mehr. Nein, das willst du nicht. Nein. Ha, wusste ich so. Okay, das sah cool aus. Yeah, Schiam. Juhu. Boah, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war mies, das war mies. Einfach durchgehen, einfach durchgehen. Los! Du bist so scheiße, weißt du ja. Okay. Zum Glück gab es diesen Energietrank, oder wie man das auch immer nennt. Natürlich schaffe ich das nicht. Wieso sollte ich auch? Naja, ich habe ja drei Leben, also... Es sollte ja gut ausgehen. Ich werde ja nicht Game Over gehen. Denn wenn... ... dann bin ich Game Over. Unglaublich, ne? Gut. Gut. Aber anscheinend ist das doch ne Höhlenbild. Mehr oder weniger. Boah, ist das doof. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist ja hier Kai so. Weil ich cool bin, nehme ich mir jetzt einfach mal das extra Leben. Das wäre jetzt fail gewesen, hätte ich das nicht geschafft, also... Klar, was auf uns. Nein, wenigstens habe ich wieder voll abgehend. Vielleicht in der Kaffee, der zu kommen. Das ist ja cool, aber von dem ich will schon ziemlich dumm, also... Danke, aufgrund der Sinn noch. Oh, ich habe es geschafft, aber nur wegen der ziemlich sprenzenden Tipbox, also... ... und das ist ja wahrscheinlich nicht geschafft. An! Was soll denn das? Ah, hallo... Ich habe einen, den ich mir unbedingt Bock kaufe. Okay. Sollte das sein. Jetzt bist ja kreativ, Mann. Keine neue Kostüme für deine... ... Gefolgsleute hier. Hallo. Gut, das war ja eigentlich ziemlich schnell. Und da habe ich auch nichts gegen. Und da ist der schöne Ball, der nichts bringt. Ich lasse dich einfach mal da. Oh Gott. Einfach drüber fliegen. Gut. Ist das eine Höhle? Äh, eine Tür? Krass. Das ist jetzt ein, die nie erwartet. Okay, was war das? Ach, wahrscheinlich hat Traps ja eine neue Datei... ... und da... ... Datei angefangen. Wo soll ich jetzt reingehen? Soll ich jetzt da oder oben reingehen? Ich mache einfach mal hier. Och, noch ein Schalter, wie toll. Ich glaube, so viel habe ich in ein paar noch nie geschafft. Ich glaube, sogar noch nicht mal in der ersten Welt. Was irgendwie leicht traurig ist. Alles ist so traurig in meinem Leben. Ja. Gut, jetzt fallen wir hier erstmal in den Wasserfall runter. Wieso nicht? Yay, das macht Fun. Wow. Erstmal schön auf den Fisch gefallen. Und das war schlecht. Egal. Aha, sollte ich das machen? Ich weiß, nein. Ach, mache ich einfach mal. Wenn das zu lang ist, dann... ... weiß ich nicht, dann schneide ich das hinzu. Ah, in zwei Teile. Ist ja auch nicht das in mir der Welt. Glaub dir, Freunde. Dann ist das nicht schlecht. Ach, du bist so scheiße. Los. Ach, du. Ey, ich zeige mich mal in den Trink, du. So, und... Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Oh, ouch. Das ist halt gleich viel. Und diesmal sind wieder lila ne... Waddeldies oder Doos oder... Äh, Leaves oder was auch immer. Los, ich will den Schirm. Danke. Sehr sozial... Ach, fick dich. Ja, schöne Bumurans. So, dann fliegen wir mal weiter zum nächsten Abschnitt und ein Haus. Okay. Etwas eng hier, oder? Aber nur etwas, ne? Nicht so, sonst... Das sähe hier ganz gut aus. Oh, was bist du? Du siehst etwas, äh, sehr verbrannt aus. Kann das sein? Und verbrenne dich jetzt einfach noch mehr. Ich würde gerne deinen, äh... Deine Fähigkeit haben, aber gut. Kann man nichts machen, wenn Kirby... ...das nicht zulässt. Oh, das Feuer... Äh, weiß ich, als ziemlich unnötig. Ja. Klar. Klar, klar, klar. Was auch sonst. Dadam, dadadam, dadadam. Okay. Einzig habe ich jetzt nicht geschossen. Das war irgendwie automatisch. Ich habe gerade zwei Gegner auf einmal aufgesaugt. Das finde ich cool. Und schon wieder Levelende. Das geht aber schnell. Und wieso war das nur für ihr? Ich war doch ganz unten, oder nicht? Egal, das hat ja ziemlich viel mit Glück zu tun. Also, eigentlich nicht. Ich sage es nur, damit ich mich anlügen kann. Denn dann fühle ich mich richtig cool. Nein, ich nehme dich jetzt mal nicht. Ich verzichte mal auf dich. Hey. Haha, das hat es sein. Vieles, was ich tue, hat es sein. Wisst ihr das? Und da unten ist ein Abgrund. Das weiß ich ganz genau. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Ah, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell. Okay, das war knapp. Ich glaube, hier war doch irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr was. Egal. Ich verzichte drauf. Ich verzichte auf dein Geheimnis. Liebe Welt. So, wo geht es denn hier lang? Ach ja, genau. Das war das. Was ist denn hier? Ich will es gar nicht mehr finden. Ach ja. Egal, ich will es denn nicht haben. Ich will hier auch nicht nochmal rein. Denn es ist ziemlich unnötig. Einfach weitergehen. Ignorieren wir es einfach. Und schon wieder Level Ende. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich glaube, so schlecht war ich aber noch nie in diesem Minispiel. Und ich glaube, ich weiß schon, welchen Boss das hier ist. Ja, genau. Ich hasse dich. Und hier würde diese Boss-Vernichtungswaffe auch nichts bringen. Denn das ist jetzt ziemlich eng. Der schießt ja jetzt vor Raketen, oder? Ja. Ich habe schon eine Taktik, um mich so umzubringen. Das ist nicht so gut für dich, glaube ich. Okay. Okay, was war das? Ja, verarschen. Danke fürs Ziehen. Nein! Oh Gott. Ich dachte, beim Saugen kann man auch nochmal springen. Danke. Gut. Du bist so unglaublich schnell, weißt du das? Und ich brauche eigentlich keine anderen Tasten, als die Sprung- und Saugtaste. Aber egal. Ich habe mich ja nichts gegen. Bin ich nur schön gemütlich. Ich spiele nur mit einem Finger. Und das sollte ich, glaube ich, lassen. Ich will ja hier nicht auf den Pool machen. Nein, ist doch nicht. Och, jetzt geht es doch mal nach oben. Okay, wie hätte ich die bitte aufsaugen können? Naja. Brauchst du mir nicht sagen. Sag es mir sowieso nicht. Also, ich erwarte keine Antwort. Ich erwarte aber eine Kanonenkugel. Oder Bullet Bill. Oder wie auch man das nennt. Diesmal sogar in Rot. Im Lob, ey. Richtig kreativ hier. Ich gehe mal hier rein. Malo. Ja, äh, das fehlt so ziemlich eng, ne? Na, los! Oh, okay. Das hat knapp. Yay! Ach, dieser schönen Tanz. Okay, als nächstes geht es zum O-Saft-Ozean. Okay. Oder O-Saft. Oh, Saft. Okay. Ähm, ja. Okay, das ist anscheinend wieder eine Wasserwelt. Naja. Dann bis zum nächsten Part. Und... Tschau, Leute! Tschau, Leute! Tschau. Tschau! Katsفي das Schuss-κ zmichtung. Tschau! Schuss-Tadst! Nahidade! Schuss-Tadst. Das ist gut. шихisto? ι seit. Schuss-Tadst. Diowie counten tierver-filter.